Jetzt haben wir noch weitere Energiespartipps für den Haushalt, zum Beispiel beim Wäschewaschen. Hier sollte immer darauf geachtet werden, dass die Waschmaschine voll ist. Eco-Programme helfen nicht nur beim Wassersparen, sondern auch beim Energiesparen, weil sie mit weniger Temperatur auskommen. Am effizientesten trocknen lässt man die Wäsche natürlich draußen an der frischen Luft. Wenn das nicht möglich ist, kann man die Wäsche natürlich auch in der Wohnung trocknen lassen. Hier aber immer darauf achten, dass ausreichend gelüftet wird, damit die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu hoch wird.